Hallo liebe Rapid-Fans, ich bin der Bauer Gartler, wir sind hier im Trainingslager in der Dekai in Siede, mit super Bedingungen, super Hotel. Wir bereiten uns jetzt vor für die Meisterschaft. Ich freue mich wirklich, dass ich jetzt zumindest an einer schönen Zeit ein Teil der Mannschaft sein kann und freue mich jetzt auch dann wieder, euch alle im Stadion zu sehen.